Und dann filmt er. Passt. Also, Soundaufnahme mit dem Handy ist eingeschalten. Die Sony Kamera nimmt auf, die Canon Kamera nimmt auf. Dann habe ich da noch den Boss MicroBR, den schalte ich dann ein, wenn ich es direkt brauche. Vieles ist ja aufgeklärt worden, oder habe ich beantwortet. Aber ganz zum Schluss ist nachher noch drauf gekommen, wo kommt das Fastfinger her. Ja, es ist ganz leicht erklärt. Das kommt von der Gitarre. Ob ich allerdings jetzt in der Aufregung da so schnell spielen kann, weiß ich nicht. Also, ich nehme da den Kappel. Passt. Da habe ich schon vor ewigen Zeiten angefangen zu spielen. Und im Laufe der Zeit war mir dann vergönnt, immer unglaublichere Stücke zu spielen. Wie zum Beispiel und im Laufe der Zeit war. Das ist sehr. Ja, man möchte es kaum bleiben, aber das hat auf einer Bühne auch schon mal gespielt. Aber es gehen auch andere Sachen, wie zum Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer da jetzt lacht, der kann ich mal probieren, das nachzuspielen. Okay? Was habe ich denn dann noch gespielt? Solche Geschichten. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. Das ist ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel. So schaut's aus, ich glaube alles funktioniert, ich glaube alles funktioniert 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 So kleine Schnitzer sind da immer wieder drinnen Stopp! Ich glaube alles funktioniert Ich glaube alles funktioniert, ich glaube alles funktioniert